Ich brauche was mit Päsch. Hey, komm her! Und, was hast du? Danny, wenn die Armee einen Kontrollpunkt errichtet, müssen wir ihn wieder einreißen. Wenn du Zeit hast, übernimm das. Gracias, gracias. Ich brauche eine Karre. Niemand geht zu Fuß in Gara. Hier, für dich, Guerriero. Ich brauche sie. Ich brauche sie. Ich brauche sie. Und, was haft du denn? Ich habe eine Karre. Das war's für heute. Das tut mir gut. Was ist das? Du wuuh, in Gura de Zdrenzai.